Warum sind die Farben der Blumen so bunt? Warum wachsen Früchte an Bäumen? Wie lange ist unsere Erde noch rund? Warum bringt Sturm das Meer zum Schäumen? Warum sind unsere Pflanzen so krün? Warum wächst Getreide auf Feldern? Wie lange noch werden Bögel ziehen? Warum stehen Bäume in Wäldern? Warum fällt im Winter weißer Schnee? Warum gibt die Sonne uns Wärme? Wie lange noch schmitzt das Eis auf den See? Wir haben doch alles so gerne. Warum gibt es Kriege, für wen sind sie da? Wie lange noch blühen unsere Wesen? Warum ist der Mond uns oft so nah? Warum müssen Flüsse fließen? Werden Sie morgen ¡Achst! W waren wir genauer Zeit! Ich warEC. dessus� Untertitelung des ZDF, 2020